Damenwäsche und Feinstrumpfhosen – Vorliebe ohne Heimlichkeiten Am Abend bereitet Claudius sich sorgfältig auf das Ausleben seines Fetischs vor. Hierbei sollen eine volle Blase und das Nassmachen des Saternslips und der Strumpfhose die Lust gen Himmel katapultieren. Als später das Höschen mehr als feucht ist, hört er die Stimme seiner Mitbewohnerin hinter sich. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage